ja was ist denn nun dieses obliteration ja sowas wir suchen und zerstören halt nur für beide seiten jeder der die bombe hat wird auf der karte unter dem hart angezeigt er muss halt getötet werden und der dann die bombe aufnehmen muss halt versuchen die gegnerische basis da mit den bomben zu zerstören ok das hat sich getan und das zählt für beide seiten sehr gut dann tun wir das auf geht's auf geht's er hat wieder wieder bitte das atmen einstellen bitte lehnen sie sich zurück und stellen sie das atmen ein naja testen mal für unsere fans hier haben wir noch domination an für meine fans ihr seid ja nur doch gehen geht bei mir geht's quasi er ist runtergesprungen ich hab mich aus der lüft dieser homo ich fahr mit dem auto oder willst du mit dem heli mitfahren ich fahr mit dem auto er fliegt mit dem auto fahr du mal weiter mit deinem heli ich hab ja keinen drin das bringt ja gerade nix wenn ich jetzt hier alleine fliege ja deswegen sag ich doch flieg du mal er fliegt mit dem panzer und du fährst mit deinem heli weiter flieg mal dicker dicken äh wohne her ja ja das ist mit abu hier macht ein abu hier von den faxen so ich wollte gerade vom sniper beschossen bist du behindert oder was abu eh abu das habe ich auf dem video den scheiß ne das weißt du ja was denn ja ja das wirst du dann schon sehen deine behinderte kacke hier alter nee ich bin der weg HAHAHAHA ja weil mir gerade noch 20% war ah ui wie tsch figgdich alter man 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 dieses drecks heutige vollidiot bongo fies Unverteidiger, das halt. Brush halt dadurch, dass beide... Ah, ist down. Oh, leck mich. Jedes Mal aber am Nachladen. Kommt einer runter. Alter, hier ist was los. Was ist denn hier los? Oh, ich blick. Kannste vergessen, oben auf dem Dach. Dann kommen sie von der Straße. Ey, guck mal vom Dach ein bisschen mit rum. Ein kräftiges Zicke-Zacke-Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi. Zicke-Zacke-Zicke-Zacke. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Oh, hinter uns. Panzer, Panzer, hinter uns. Geh in Deckung, geh. Wetter's mal in Deckung. Aufzug, komm mit dem Aufzug hoch und spring runter. Oh, scheiße. Wetter's mal hier kurz. Hau uns ins Geborgene rein, ins Skyscraper. Jetzt ab geht's los, komm Wassi. Ab, genau. Aua, 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 aua. Schmeiß die Mediket hin. Das ist nur Verdacht. Die schießen nur Verdacht. Pläckchen. Das ist ja hier Domination. Und weil ich der Dominator bin, verstehst du? Der Dominator. Oh Gott. Sind die hochgefahren oder was? Die sind hochgefahren, komm rein, komm rein. Die springen runter zum hinteren Punkt, scheiße. Da weißt du niemanden, da weißt du niemanden von uns. Fuck, weil... Ich bin hinten, Alter, wo kommt der her? Gibt's doch gar nicht. Der hat die doch gesagt, die wollen doch Kaffee und Kuchen essen oder so. Ja, aber der hat denn die eingeladen zum Kaffee und Kuchen. Warte, schulde. Ach, scheiße, es klappt da runter. Der ist noch nicht, der ist noch nicht. Down, jetzt ist er down, jetzt ist er down. Oh lol, da war die Scheibe weg. Wo soll ich wen abholen? C? Ja, hier. Lach zu Oli, bleib drinnen. Oh, ich bin Maddix, okay. Du auch. Kommt weiter. Ja, hinter dir. Ei, ei, Kapitän. Wo ist denn bei dir hinter dir? Wo sind die Bitches? Direkt vor dir, direkt vor dir. Ach hier, aber die grünen Ärmel, der ist down, ich hole dich. Grüne Ärmel. Rumpel. Ich hab nichts gegeben. Okay, ich hab keine Hände. Ach, das hatte ich eben auch. Jetzt hab ich wieder Hände. Da ist noch mal wieder der Idiot mit den grünen Ärmeln. Oh, verdammt. Ich hab' beschossen von hohe. Dach. Zwei Mann auf dem Dach. Ich bin tot, ich bin tot. Ja, die halten da oben auf dem Dach. Die Vollhonks. Ach, tot. Sehr gut. Vorne kommt der Idiot mit den grünen Ärmeln. Ja, kommt zu dir, Benni. Ich glaube, du leckst, Digga. Du weißt, ich leckst schon wieder. Ja, nehmen wir das Mikrofon auf den Arsch. Hab' ich doch schon. Hab' ich schon. Ah, bei Asen, mindestens zwei Leute. Den E-N-Hapsch. Da ist der Idiot wieder mit den grünen Ärmeln. Mit den grünen Ärmeln. Bleib liegen. Bleib liegen. Ja, ich fliege. Sehr gut. Sehr gut. Double Kill. Olli, ich geb dir mal hier ein Medikit. Ja, ich hab's schon. Und, willst du jetzt meins nicht mehr, oder was? Ah, ich bin voll. Was soll ich? Ja, ja, nimm doch einen eigenen Scheiß. Oh, ich bin bei euch. Quatsch. Ihr Hunde. Wollt hier ewig leben. War der Plan. Ja. Olli! Ja, aber du lösst so ein Zeitwärts. Ah, ich hab's gesehen. Olli ist Zeitwärts gelaufen. Er hat Cheated, die Sau. Hast du mal Medikit? Ja, und wo bist denn euer die Medikitits? Also, da kannst du ja gleich noch schlagen. Von oben noch an. So, wo ist die Bombe? Da war ich da, der Kasper mit den grünen Ärmeln. Ich bin der Last Man Standing. Der Last Man Stands. Oh nein! Oh nein! Wuhu! Wuhu! Gay! Gay oder Gay? Ja. In deinem Fall Gay! Ohhhh! Nords, wie es noch alle weiß, oder? Jetzt sind wir da hier. Die Mega, die Schwarzen im Ziel voll abgang! Ja, genau! Ja! Ist doch so! Ist schon wieder zu viel Kopf? Nee, auch schon wieder nicht! BIG, BOATIE BITCHES! Ohooooohhhhhh! voltar zurнов herum . BIG BODIE BITCHES, 핰 BIG, BOATIE BITCHES! NOM 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 NOM! Man de mana... ... Te-e-ed! Manah manah Di-e-e-di-e Manah manah Beipp dee-e Manah manah Manaaa manaa Manah mamanah Ihr seid Zuckra Hang